Ich hoffe, ihr kennt alle den sozialdemokratischen oder der sozialdemokratische Lied, Mann der Arbeit aufgewacht und erkenne deine Macht, alle Räder stehen still, wenn dein starker, armes will. Das sieht heute so aus und das ist natürlich auch ein Problem im Politischen, dass heute Maschinen eine andere Rolle spielen, Kraft, Präzision, sensationell. Das ist ein FANUC, Industrieroboter, der 1,7 Tonnen hebt und eine Reichweite von über 5 Metern hat, wenn der hier voll ausfahren würde. Und das ist natürlich Kraft und das ändert alles, wenn da jetzt noch an diese Maschinen Sensorik und Künstliche Intelligenz kommt und die dann direkt auf gleicher Hierarchieebene mit Menschen in der vernetzten Produktion arbeiten. Und dazu gibt es dann hier die kleinen Freunde, Schweißroboter, die kennt man zum Beispiel auch bei Opel in Lüsselsheim. Hochpräzise, arbeitend, das ist wie heute gearbeitet wird.